Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder in Minecraft. Und ja, uns ist aufgefallen, beziehungsweise besser gesagt Alex ist es aufgefallen, dass er eigentlich noch gar nichts über sich erzählt hat, sondern nur, dass er jetzt hier mitspielt. Ja, ich weiß, das fällt uns sehr früh auf, dritter Part, aber gut. Ja, deshalb Alex. Naja, mein richtiger Name ist eigentlich Alexander Mayer. Ich wohne in der Schweiz, also könnte man Deutsch einen leichten Akzent haben. Ich bin 13 Jahre alt, also das heißt, ich werde im Dezember 14. Das war's eigentlich. Jo, okay. Und mich kennen da ja bereits. Nee, ich nicht. Nicht, Mensch. Scherz. Hey, Alter, da war doch mal, ganz im Ernst, die Hühner hauen hier immer irgendwie komisch ab. Ich hab irgendwie das Gefühl, die backt hier manchmal durch. Warte mal, weißt du, was wir hier machen? Aber wurde ja eigentlich auch gesagt, aber nein, das ist ein Zuckerrohr, Alter. So, mach mal. Ich hab zwei Eier. So. Die sollen hier nämlich nicht wieder rauskommen. Achtung. Perfekt, und weißt du, was wir jetzt machen? Was? Jetzt locken wir noch das andere Huhn da rein. Der war doch grad noch eins. Aha, da ist es. Warum Huhn? Warum Huhn? So blöd. Perfekt, hat geklappt. Nein, 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 nein. Nicht gut. Was? Da kommt das Wasser her. Oh. Warte, 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 warte. Jetzt müssen wir noch mal. Warte mal, du hast einen Wassereimer dabei, oder? Gib mir den mal kurz, bitte. Tut mir leid Passt alles Ne, sonst fließt es nicht gescheit runter Weißt du? Ja Äh, warte, wie machen wir das? Alter Huhn, du sollst da rein Mein Gott Äh, so Du weißt schon, die können über Zäune fliegen Echt? Ja Ne, weiß ich nicht Sonst hätte ich es ja nicht gemacht Ist mir auf meinem Server aufgefallen Okay, cool Äh, dann Ist das hier ziemlich Blöd Halt, Moment Das war jetzt irgendwie auch nicht so sehr sinnvoll Was ich hier gemacht habe Alter, warum hängen die jetzt alle in der Ecke hier drin? Kommt mal her, hier Hallo Guck mal, ich habe Korn Ach, jetzt wollen sie aber Ja, jetzt stehen sie auf diesen hässlichen Zack Weg mit euch So, jetzt müssen wir nur noch diesen einen Block da wegkriegen Dann haben wir es geschafft Perfekt So, warte, dann noch einmal schnell Wasser Hallo Alter Also, wackt denn das jetzt hier so rum? Mensch Nehmen ernst Nehmen ernst Hä? Sieht das nur bei mir so komisch aus? Äh, keine Ahnung Ah, passt doch Äh, und wo war das? Hier Perfekt Jetzt müsste wieder alles klappen eigentlich Ja, sieht auch schon gut aus Perfekt Jetzt kommt immer alle hier hin, bitte Jetzt packen die natürlich in den Zäunen da drin Und du sagst, die können da drüber fliegen? Ja, das ist so viel ich weiß Ja, dann ist das Ganze ja eh ein bisschen unpraktisch Dann hacken wir jetzt mal alle Zäune ab, oder? Ne, ich würde einfach noch eine Schüchte auflegen Ja, warte mal, ich hack jetzt mal Ne, die Zäune ist mir eh Dann Unnütz Ich hack jetzt mal ab Dann müssen wir später nur runter Um die wieder einzusammeln Weil irgendwie verpackt sie da eh drin Wir machen jetzt einfach hier so ein Holz Äh, so ein Sieht zwar nicht schön aus Kann man natürlich auch noch verbessern, aber Einfach so ein Dirt Teil drumherum Ich mach kurz Zäune Ne, warte, brauchen wir ja gar nicht mehr Gott, warum brauchen die so lange? Ach, warte mal Ich könnte natürlich auch eine Axt verwenden Wäre vielleicht mal ganz intelligent Ne gute Idee Ja, ne? So Perfekt Warte, der muss auch noch weg Da würde ich ganz schnell wieder raus Wieso? Da kommst du nicht durch Du ertrinkst dann da irgendwo Ne, du ertrinkst nicht, aber du kommst da nicht durch, oder? Ne, du dürftest da nicht durchkommen Warte Dürfte eigentlich nicht klappen Soweit ich in Erinnerung alles habe Wie lange ist der Gang hier? Zumig Ne, hast du recht Ne, hast du recht Die Arme, ey, die haben volles anstrengende Leben Wieso? Immer nur im Wasser, stell dir vor, du bist immer nur im Wasser und immer kurz vor mir trinken, ist doch schon scheiße So ein ganz bisschen So Wo bist du? Unten Ja, schlag dann gerade einen Erdblock weg und komm dann wieder raus Ja, ein bisschen komplizierter Brauchen wir sie noch kein Ding Was war das gerade? Achso, du bist ins Haus gegangen? Hä? Ne, hast du rausgekommen Wie, bist du jetzt da hingekommen? Doch, gegraben Okay Das waren so drei Blöcke, die einem Ähm, zwei hohen Gegenstand oder Mann oder Zombie oder was auch immer Weg versperrt haben Hab ich abgebaut und wieder angebaut Okay, perfekt Äh, so, warte mal Was könnten wir jetzt noch Schönes tun? Ach ja, jetzt weißt du, was ich machen wollte? Hausverschönerung Geh da weg, Schaf So Sag mal, die müssen noch Eier gelegt haben Dankeschön Wo ist die Schere? Die Schere habe ich natürlich wieder nicht dabei Nun gut Oh Gott, ich glaube, unser Gehege wird vielleicht sowas von überfüllt, ey Hm, wieso? Ich züchte gerade voll viele Schafe und so So, natürlich alle mit brauner Wolle, weil die müssten wir ja färben Zack, zack Dann machen wir euch zwei Schweine noch Und dann machen wir noch ein weißes, so Perfekt Nein Geh da rein Gut So, gut Dann habe ich jetzt noch drei Eier Warte mal, achso, stimmt, ich muss ja eh noch rein Hast du noch genug zu essen? Ich vergifte mich mal ein bisschen Bin ich vergiftet? Ja klar Ich habe noch Ach Gott Man sollte eben kein verrottetes Fleisch essen, aber egal Was ist jetzt hier irgendwie los? Das sah doch irgendwie auch anders aus Was? Äh, hier unten Hast du einen Gang? Ja, ja, aber das, warte mal Das floss doch ein bisschen weiter eigentlich, oder? Keine Ahnung Oh, es ist Nacht Ah, warte mal Das floss weiter Das floss ziemlich sicher weiter Ah, ich weiß sogar Dann glaube ich, was ist das? Das war das gleiche Ja So, habe ich Mein Fehler Nein, aber hier ist ja zum Glück irgendwas drin? Zur Not reicht auch eine Stein-Pick-Ex So Zack, zack, zack Und perfekt So, perfekt Gut Gut, jetzt könnte man nochmal versuchen, ob das geht Halt, ne, das will ich ja gar nicht Nein, das geht natürlich nicht Okay Jo Gut, gut, gut Wie sieht's eigentlich da unten aus? Das bauen natürlich wieder Viecher, wie blöd Das einzige, was wir wirklich gar nicht haben, ist eigentlich ein Ender-Auge, oder so, ne? Ja, leider Davon bräuchte man natürlich auch gerne eine Menge Oh, schön, hier ist aber gerade wieder ein Creeper, verreckt So muss das doch sein Ja, Fakt, okay So, gibt's hier noch irgendwas Schönes drin? Äh, ja, die Sachen könnten wir eigentlich mal mit hochnehmen Die müssen ja nicht hier unten vergammeln So Warum ist hier eigentlich Wasser? Achso, das war die unendliche Quelle Das Ganze könnte man natürlich auch noch verbessern Ich gehe mal schlafen Achso, warte, dann komme ich auch Jetzt wollte ich gerade den Gang hier unten schön machen, Mensch Aber gut Aber gut Wer braucht dann schon einen schönen Gang hier Ich vergifte mich nochmal schön Stimmt doch Ja, hast recht So, 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 so Ja, hier seht ihr es nochmal Ich wurde von ihm getötet Er ist schuld, ganz Alles versehen Äh, da, 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 da Was Warte mal So Und dann könnten wir Wir haben das ganze Holz Ne, das Holz gehört hier gar nicht rein Ey, ohnehin Man müsste hier nochmal eine schöne Ordnung reinkriegen Ich hab mal eine Frage Darf ich hier das in den Boden ändern? Wo meinst du? Ja Kein Problem Ich versuche mich nochmal jetzt an der Hühnerfarm Ich will da oben nämlich ganz viele Hühner reinkriegen irgendwie Boah, wir könnten auch eine zweistöckige machen Können wir Boah, jetzt ziemlich unnötig ist aber Je mehr Ei, desto besser Eben So, du und Scheiße So, jetzt haben wir schon insgesamt sechs Küken Also sechs Kühner Und Küken So Jetzt gestimmt Stirb, Spinne Scheiße Wofür genau braucht man eigentlich Spinnaugen? Außer für Tränke oder so? Äh, keine Ahnung Glaub's nicht Unnötig mal wieder hier Nö, 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 gott So Wo hast denn die Dinger her? Äh, wo hast du die Kiste? Okay, cool, cool Wo ist der Knopf? Ja So, Kabel, 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 Gott ey, wie viel ist denn das? Man müsste eigentlich echt hier endlich mal eine Ordnung reinbringen, weißt du was, das versuche ich jetzt mal Ha, viel Glück So ganz bisschen provisorisch dürfte das doch eigentlich ganz gut hinhauen So, wenn ich hier einfach eine Schilte mache, sieht natürlich, dann kann ich da eine Schilte machen Und da noch die Giste öffnen Ja, das geht, gut Ähm, ja, nochmal weg Boah, wir machen das ganz schön, ne, machen wir nicht Ähm So, ganz toll beschrieben So Und da brauche ich welche Ist da oben eigentlich alles drin, ey, ich hab keine Ahnung Ähm Also, Cobblestone, Sand, Zuckerrohr Ähm, Wolle Noch mehr Wolle Ah, weißt du, Kohle Kohle Noch mehr Wolle Okay, ziemlich Schwarzpulver Ach ja, Kohle hat's auch Sechs Schwarzpulver Wie viel? Sechs Mensch, nur so wenig Egal, warte mal, wir haben, insgesamt haben wir viel mehr So, jetzt mal ganz kurz noch alle Schwarzpulver zusammen Schwarzpulver 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 Also, wir haben schon eine gute Menge Hier ist Erde drin Schreiben wir auch gleich ran Erde, perfekt Sieht zwar alles hässlich aus wie sonst was, aber egal Wir haben insgesamt 40 Schwarzpulver Nett Stein, 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 Stein Schwarzpulver Das Zeug hau ich jetzt einfach mal hier irgendwie rein Ne, Holz nicht Das ist was das Albe halt ich da So, und jetzt Holz Sack, zack, 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 zack. Schild schmeiß ich auch erstmal rein, okay. Ach, hier natürlich noch Holz, okay. Perfekt. So eine ganz leichte Ordnung ist schon wieder drin. So ganz bisschen. Doch so ein ganz bisschen wird es besser. Hast du noch schwarze Wolle? Hast du noch schwarze Wolle? Ja. Warte, wo bist du? Ja. Nicht gucken. Warte, brauchst du noch mehr? Nee, sollst du rechnen. In der Kiste neben dem Bett ist noch 64, also genug kommt auf jeden Fall. So, ach warte mal, die Ratsom-Fackel gehörte auch nicht hin. Die Schaufel auch nicht. Ist eine Fackel ein Werkzeug? Ähm. Ich sag jetzt mal ja. Kann als Waffe gebraucht werden. Ja, aber als Werkzeug. So. Ich versuch mich nämlich jetzt grad hier. Etwa, ein Eimer ist auch ein Werkzeug. Sag ich jetzt einfach mal. Zack. So. Sieht doch schon mal viel besser aus hier. Das war noch Holz. Holz. Okay. Kann ich schon raus? Warte kurz. Okay. Ah, da ist auch noch Holz, Holz. Gott. Wie versch- Hier ist überall einfach irgendwas drin. Was irgendwie rein gar nicht dazu passt. Scheiße. So. Baue ich euch halt da noch rein. So. Und die Fackel kann ich ja auch schon zuordnen. Und den Eimer auch. Gott, ist das ein Krimskram hier. So. Ist natürlich jetzt sehr interessant hier alles zuzugucken. Aber gut. Muss auch sein. So, weg mit dir Cobblestone, stone, 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 stone. So ein Alt habe ich für Cobblestone immer ansammelt. Geh weg. Ha. Zum Glück nehme ich nicht auf. Ha. Geht halt auf Google kurz. Ah ja. Das ist ganz praktisch. Ähm. Gravel gehört auch nicht rein. Zack, zack. Scheiße. Dann hole ich halt die Sachen raus. Also wir haben echt zu viel. Zu viel Steine. Das kann man echt mal sagen. Rot habe ich jetzt auch da rein. Das kann auch da rein, der Knopf. Holz. Zack, zack. Und Bücher. Bücher sind kein Holz. Und die Erde noch. So. Aber es hat schon wieder ewig geklingelt. Bist du fertig? Ähm. Warte kurz. So. Oh. Ja, jetzt kannst du da auskommen. Okay. So einigermaßen. Ah ja. Sieht doch gut aus. Ich würde nur hier noch, äh, hier noch eins runter machen. So, circa. Ganz. Ungefähr. So. Ja. Äh. Gut. Aber auf jeden Fall. Ja, die Zeit ist schon wieder um. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer Daumen hoch oder ein Abo oder sowas. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier in Minecraft. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.